Jeder Buchstabe auf der Walze entspricht einem auf der Vorderseite des Dressors beschriebenen Buchstaben. Wähle einen Buchstaben durch Klicken und Ziehen aus. Beginne mit dem ersten Buchstaben in der Walze. Achso, ah, ah, okay, das ist, äh, der erste ist ein F. Das zweite ist ein I, V, das dritte ist ein R, Vier, E, Feier, P, L, L, ähm, U. Und Geh. Wo ist Geh? Da. Feierplug. Dreh, 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 dreh. Aha, guck mal an. Ich hab doch hier bestimmt was übersehen. Ich guck nochmal. Da kann ich nix. Aha. Mausefalle ist zu hoch, ich komme nicht heran. Guck mal in den Stein. Mein Teil der Skulptur ist Gras gewachsen. Nein. Ach, warte mal, warte mal. Ah, ich kann doch hier... Schon mal die Mause voll, damit ich die olle Ratte kaputt machen kann. Ausrangierte Objekte. Da wollen wir mal sehen, ob da was Tolles dabei ist. Drei Seepferdchen. Ich dachte, man braucht nur eins, um schwimmen zu können, aber... Hier haben wir schon mal eins. Da haben wir zwei. Und das dritte findet sich gleich noch. Spielkarte, Telefonhörer. Diese Geräuschkulisse ist mir gerade so ein bisschen skurril. Spielkarte. Schnitt drei. Da ist die Spielkarte. Telefonhörer, Schokolade, Bleistift, Schädel. So, was haben wir noch? Ein Kompass, eine Sicherheitsnadel und eine Sonne. Die Sonne habe ich doch gerade gesehen. Da. Sicherheitsnadel. Sicherheitsnadel. Bütter an Kasse 3. Ohr. So, starten wir schon die ganze Zeit so an. Potatoes und Klebstoff. Wieso Potatoes? Warum nicht Kartoffeln? Da ist die Sicherheitsnadel. Da ist das dritte Seepferdchen. Warte mal noch. Hier haben wir einen Telefonhörer. Jetzt fehlt noch der Bleistift, der Kompass, die Potatoes und der Klebstoff. Gucken wir mal. Na, Klebstoff. Bleistift. Potatoes. Wo seid ihr? Bleistift, Bleistift. Potatoes, Potatoes. Hot Potato, Hot Potato. Hot Potato, Hot Potato. Hot Potato, Hot Potato. Potato. potato 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 so ich muss an meiner an meiner ist er der kompass oder nicht auch das ist der kompass das ist auch nicht der kompass sind alles das ist ein kompass sind alles sieht alles für mich aus wie eine uhr da ist auch eine uhr da ist der bleichstift jetzt die potatoes kommt 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 wenn ich das höre wie schon so eine tüte chips gerade aufmachen sind die wo sind die potatoes hier schweine bin ich jetzt hier ist eine kokosnuss da ist noch eine halbe kokosnuss hier ist ein laster streichhölzer so eine t-bürste also für so sieht aus wie für japanische tee zeremonien diese etwas groberen bürstels ja leckt mich doch am arsch kann nicht so schwer sein so ein paar kartoffeln auch da schriftzug potatoes aha was sind wir heute kleinlich motor motor der lore fehlt okay da ist noch ein anhänger ach das habe ich schon mal gesehen das ist wo war das noch wo war es wo war es wo war es wo war es scheiß alzheimer da war der stern das ist muss hier irgendwo da sag ich doch ich sag doch ich kenne das von irgendwo her unkraut ex und zurück zu anderen ufern wollen wir fahren ich muss nun ich muss noch einen schluck trinken weil mir versagt so ein bisschen die stimme habe ich das gefühl du bist arschloch vieh so jetzt gehen wir zurück zum anderen ufer sprühen da den unkraut ex auf dann haben wir so ein bisschen für die ich glaube dann haben wir sogar den den kopf der statu ja sieht's aus dass wir wieder zurück rudern auch gott wird man ja schon fast seh krank so oft wie wir hier was über das über das meer paddeln ja mehr ist auch ist auch nicht so groß gottes willen da hast du dein kopf wieder da habe ich einen stern schlüssel dann kann ich die truhe aufmachen ich habe die ganze das gefühl ich höre und was deswegen möchte ich auf einen anderen bildschirm gucken um da in der kamera zu sehen ob hinten irgendwie die tür aufgeht ich habe so ein bisschen verfolgungswahn 44 eine taschenlampe ein Pfirsichkern ein knopf eine haarspange ein fingerhut ein bonbon nagellack dann noch das garn der dart pfeil der reisepass und die sonne mal wieder so dann mal die haarspange fehlt noch Pfirsichkern Fingerhut wo seid ihr denn da ist eine zahnbürste das sind würfel da ist ein keks ein halb angefressener keks packt sich sowas in naja fragen wir nicht ist nicht mein reise koffer also von daher dass das garn reisepass sonne reisepass ist das der reisepass ach nee ist eine videokassette auch gott so weit habe ich ja ewig nicht mehr gesehen da ist die andere hälfte der sonne ich bin nicht da gottes willen immer wollen die leute wird von einem bist du jetzt ruhig würde ich gern wo waren wir denn ich werde total ram umdösig hier durch die durch die den ganz hier palim palim und so ne ich hoffe das stört nicht allzu sehr und ich möchte demnächst wirklich mal mein handy ausmachen wenn ich hier am aufnehmen bin ich dachte das hält sich noch in grenzen weil das ist gerade mal 20 nach 10 morgens bin seit sechs uhr wach wo ist denn hier der verkackte reisepass ist das eins von den dingern hier hinten nein hier ist ein gehstock hier ist ein dartspiel klar nehme ich auch mit in die flitterwochen ist ja vollkommen legitim warum auch nicht da ist der reisepass mein gott zählt noch der fingerhut ne das ist der anspitzer da ist der fingerhut und der pfirsichkern wer nimmt ist ja auch egal ist der da drin nein ist er nicht das ist ein halb geschälter apfel alter hier könnte meine aufräumen da ist der pfirsichkern jetzt ist jetzt mal gut so gehen wir wieder unter die brücke ja ich bin wirklich auf nehm ich war gerade so ein bisschen auch nie setzte jeden stein auf das feld mit dem entsprechenden symbol drauf einsteigen kann sich jeweils nur auf eins der markierten freien felder bewegen ich hasse so was ach so ist es schon auch ist das ätzend ich hasse solche schieberätsel das ist echt damit kann man mich echt foltern das ist ach so ich bin nicht da ich verzweifle gerade das kommt dahin ich weiß dass das richtig ist aber das muss hier hin das muss hier hin dann kann das nämlich dahin dann kann ja 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 genius ich bin fast so ja komm schon könnt mich alle mal so das kommt jetzt dahin das kommt dahin was habe ich denn jetzt noch muss denn jetzt noch was sind sonst muss da oben hin dann kommt das dahin und das hier hin mein gott ich hab's ja voll drauf das geht echt gar nicht klar so wo ist das nächste wimmelbild kein wimmelbild hier was denn los ach du jemini kein hinweis ok da steht dann nix ich kann es mir einfach angucken so info die bücher in den zwei regalfächern sind nicht an ihrem richtigen platz klicke auf sie um hier richtig anzuordnen das wird auf dem buchrechnung zu vervollständigen so was kommt hier hin nein das kommt wo ist ein ne ok so hier ist so eine torbogen das dürfte der kragen von ihr sein naja das kommt nein nein so und so und so und so und so und so gibt war nicht fertig was fehlt denn da was tun darin falsch jetzt das stimmt alles da muss hier unten irgendwas kaputt sein ja hier ist auch alles ach ne hier der fächer ist so ein bisschen broken jetzt aber hä 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 äh sind wir heute lustig da ist man so nah dran und kann nicht das ist echt der motor muss wieder zusammengesetzt werden klicke auf die zahnräder und setze sie entsprechend der anweisung in den raum auf den stab okay das war das hier grau grau lila grau grau gelb kackbraun grün schwarz schwarz blau kacke blau ok bringt das was das nach den farben zu gucken so das wahrscheinlich ich hab das wahrscheinlich jetzt total falsch gemacht aber